Survival ist ein breiter Begriff. Was ist Survival? Das hier ist Teil 1. Da geht es um die Kopfsache. Und wenn dich interessiert, was das bedeutet, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Rainer Rostmann vom Survival Show. Es ist gut, schön, dass du dabei bist. Ein philosophisches Video. Ich werde keine Ausrüstung hier zeigen. Also wenn du das erwartest, schalt gleich aus, weil ich werde nur reden. Aber die Frage ist, was bedeutet Survival? Das ist Teil 1 von einer kleinen Videoserie. Und ich mag mit etwas ganz Speziellem beginnen, nämlich einem echten Notfall, der sich vor einiger Zeit in Deutschland abgespielt hat. Und zwar gemeinsam mit, also der Buschpirat hat davon berichtet, er war Teil dieser Extremsituation mit einem zweiten Bergkameraden. Ich gebe da unten den Link auch auf dieses Video, wo er das beschreibt und möchte ein Konklus hier dazu machen. Was ist passiert? Nur im Groben. Der Buschpirat ist ein Buschcamper-Tramper. Also er ist im Endeffekt ein Wandersmann, der gern Buschcraftet. Und ist mit einem zweiten Kollegen auf eine Buschcraft-Tour gegangen. Das heißt, sie sind in eine abgelegene Gegend marschiert. Dort gab es auch kein Mobiltelefonempfang. Und sind hier herum marschiert und in der Mitte oder irgendwo, also sie waren schon weiter weg, gab es einen Unfall. Und zwar sein Bergkamerad, Buschcraft-Kamerad, hat sich umgeknackt und hatte massive Schmerzen im Fuß. Im Nachhinein hat sie herausgestellt, dass es ein, ich glaube ein Bänderriss war. Kannst du draußen nicht feststellen. Ja, habe ich mir sagen lassen von meinem persönlichen Notarzt sozusagen. Und ja, ganz einfach, so schaut die Sache aus. Und sie muss da eine Entscheidung treffen. Und da hat der Buschpirat eine sehr gewagte, aber auch meiner Meinung nach absolut richtige These in den Raum gestellt. Und zwar, dass ihm all die Buschcraft-Survival-Techniken nichts gebracht haben. Also es ging nicht darum, ein Shelter aus nur natürlichem Material herzustellen. Es ging nicht darum, Feathersticks zu machen oder zu erkennen, wo jetzt Kinspann liegt. Es ging nicht darum, mit einem Feuerstahl ein Riesenfeuer zu machen oder sonstiges. Das war nicht Fokus in dieser Notsituation. Denn sie konnten sich aus eigener Kraft nur retten, weil sie konnten keine Rettungskräfte herholen. Und es waren Entscheidungen zu treffen. Und jetzt, wenn wir über solche Notsituationen sprechen, und das tue ich auch gerne. Ich schaue gerne in die Vergangenheit und schaue mir an, was funktioniert hat und was nicht. Dann macht man eine Bewertung immer von dem Wissensstand, den man jetzt selbst hat. Aber ich garantiere dir was. Wenn du in einer Schaß-Situation bist, dann hast du all diese Informationen nicht. Du bist gefordert zu handeln, zu reagieren, zu agieren. Und das ist etwas anderes als ein Feuer machen. Also er, und ich bin ja voll und ganz bei ihm, ja, dass Survival-Training und Survival etwas im Kopf ist und wo man Entscheidungen treffen muss. Aber es gibt einen ganz interessanten Punkt dazu. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Bevor ich dieses Video hier gemacht habe, habe ich am YouTube-Kanal eine Umfrage gemacht. Und zwar, ich habe die Frage gestellt, was soll ich heute Abend spiele? Samstag Abend sozusagen, im Hauptabendprogramm. Ein Ausrüstungsgegenstand? Der Titel ist Outdoor-Ausrüstung, Doppelpunkt, kleine Häferlein im Outdoor-Rucksack. Oder was ist Survival? Survival beginnt im Kopf, Teil 1. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video drehe, ich habe gerade vorher nochmal nachgeschaut, haben 75% gesagt, zeige uns Ausrüstung rein. Und die anderen 25% haben gesagt, naja, das mit der Psychologie, das klingt nicht ganz interessant. Und jetzt ist das keine repräsentative Aussage. Aber nochmal, 75% sagen, zeige uns Ausrüstung, halt was in die Kamera, sagt das Messer. Und der Rest sagt, wir wollen wissen, was Überleben überhaupt bedeutet. Jetzt kann man sagen, okay, Rainer, das ist ein Survival-Shop-Kanal. Also was willst du? Die wollten Ausrüstung sehen, deine Abonnenten. Alles okay. Zweiter Punkt. Wenn du auf meine Seite überlebenskunst.hd gehst, das ist meine Survival-Training-Seite, dann wirst du mein gesamtes Kurs-Sortiment sehen. Und da gibt es ganz, ganz vieles. Und es gibt auch Spezialkurse, drei Spezialkurse, im Zusammenhang mit erster Hilfe. Im Winter und Basic und Advanced und so weiter. Und ich sage es genau so, wie es ist. Es interessieren nur ganz, ganz wenige. Die Masse will Survival-Training mit Messer und Feuer und herumtragen und Shelter und Extrem und Komfortzone erweitern und Würmer essen und so. Und nur ein ganz winzi, wunzi, funzi kleiner Teil will erste Hilfe. Und jetzt kannst du sagen, Rainer, das liegt daran, dass du das eine bewirbst, viel mehr das normale Survival-Training und erste Hilfe gar nicht. Nein, stimmt nicht. Da gibt es ein Video, gebe ich da auch den Link auf diesen Erste-Hilfe-Kurs. Und da sage ich, das ist der wichtigste Kurs in meinem gesamten Sortiment. Wenn du etwas willst, dann nimm den. Weil dort wirst du erstens lernen, echte Survival-Situationen zu bearbeiten und du wirst in dieses, und jetzt komme ich wieder auf den Busch-Berat zurück, in das Handeln gebracht. Ich liebe Feuer machen, wirklich. Und ich setze da wirklich einen großen Fokus. Ich will, dass die Leute, die zum Beispiel Trainer-Ausbildung bei mir machen, Feuer machen können. Das ist ja ganz klar. Und Ressourcen in der Natur nutzen lernen. Das machen wir alles, Aufmerksamkeitstraining. Bei meinem Survival-Mentor, bei dieser Online-Jahresausbildung, da machen wir ganz viel auf Wahrnehmung, um Gefahren und Ressourcen in der Natur zu erkennen. Um vielleicht auch gar nicht in Notsituationen zu kommen. Aber trotzdem, du musst eine Entscheidung treffen. Und dann weißt du aber, es hängt davon, beim Busch-Berat war es jetzt vielleicht nicht das Leben, aber trotz alledem, es war eine unangenehme Situation. Es hätte auch anders ausgehen können. Und du musst unter Stress entscheiden. Und das ist ganz entscheidend. Dass du da in einen Survival-Modus kommst, wo es ums Durchhalten geht. Und ums Weitermachen. Und nicht auf den Fokus auf, es ist alles so scheiße hier. Sondern auf das, was ist gut hier, was haben wir unter Kontrolle und wie können wir Schritt für Schritt weitermachen. Und es kann dann passieren, dass du, obwohl du dann einen Plan hast, du darauf kommst, dass der Aschars ist, der Plan. Wenn man Österreich sagt, ne? Dass es einfach nicht eine gute Idee war. Dass du dann nicht noch mehr in Panik gerätst. Ich sehe das bei den Trainings immer wieder. Dass dann Fehlentscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel beim Survival-Extreme-Training. Wo wir ja Notwendigkeiten schaffen. Wo wir nicht sagen, man kann zum Auto gehen. Sondern wo wir nur mit der Messe im November draußen drei Tage verbringen. Wo ja manche mir Kommentare schreiben, ne, das ist ja ganz pipifachig. Das ist alles ganz einfach. Ja, ja, sicher. Sicher, sicher, daheim, vor dem YouTube, auf dem Facebook ist das alles ganz einfach. Wenn es dann regnet und wir schon nass sind, dann geht es nicht darum, wenn du da hinten jetzt sitzt und sagst, das halte ich durch, dann kann es sein. Aber probiere es mal aus. Probiere es wirklich aus. Geh raus und lass dich anregnen und dann hat es nur zwei Grad und der Wind geht und du hast kein Feuer. Und gar nichts. Dann will ich sehen, was da im Kopf abspielt. Warum mache ich das überhaupt? Ist doch ein Schaß. Komm, geh mal nach Hause. Oder wenn du nicht nach Hause kommst, was wird dann ablaufen? Welches Programm wird ablaufen? Das heißt, ich bin so arm. Immer nur mir passiert es. Ja? Oder ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Alles, alles da gewesen. Alles da gewesen. Alles schon gesehen. Und ich will mich gar nicht ausnehmen. Bei mir kannst du auch Knöpfe drücken, wo ich in eine negative Phase laufe. Aber ich kenne sie. Ich kenne diese Punkte bei mir. Und dann weiß ich auch, was da jetzt gerade abgeht. Jetzt kannst du sagen, das ist mir alles viel zu philosophisch und esoterisch. Glaub ruhig. Dann schalt aus. Nur nochmal. Das ist das Entscheidende, dass du erstens ein Warum hast. Warum bist du hier auf diesem Planeten? Was ist dein Auftrag hier? Verdammt nochmal. Wofür lohnt es sich zu überleben? Den ganzen Schaß, den man da durchmacht. Die Kälte. Die Ungewissheit. Die Ungewissheit. Vielleicht auch Schmerzen. Das Unbekannte durchzuhalten und zu sagen, ich bleibe in meinem Fokus. Ich bleibe in meiner Kraft. Da muss es ein Warum geben. Und wenn du das Warum nicht hast, dann wird es schwer werden. Das sind dann die Leute, die aufgeben. Und das ist auch okay. Man kann auch im Scheitern, besonders im Scheitern kann man sehr viel lernen. Das ist schon okay. Aber jetzt wieder zurück. Das Überleben in Extremsituationen, egal wie sie ausschauen, da muss man ein bisschen was können, man muss ein bisschen was wissen, man muss eine Idee haben, weil zwischen Wissen und Tun, zwischen Wissen und Tun, da ist es nur ein Schritt. Aber wenn du nichts kannst und sollst dann auf einmal voll super agieren, das ist sehr schwierig. Da fehlt was dazwischen. Also da ist es schon okay. Und jetzt nochmal auf den Buschberat zurück, nämlich auch auf die Frage, was ist Survival? Teil 1 führt es hier in dem Video. Ein Aspekt, was sehr vielschichtig ist, dass du ein Gefahrenmanagement hast. Dass du sagst, was sind hier die Gefahren und wie ist damit umzugehen. Und der Buschberat hat gesagt, ihm waren zwei Dinge wichtig, nämlich Nummer 1, Bergwissen, also das Wetter abschätzen und Geländekunde und so weiter und so fort. Das gibt es auch bei mir. Eigenwerbung natürlich, aber es gibt einen eigenen Orientierungs-Live-Kurs und es gibt einen eigenen Orientierungs-Online-Kurs, wo wir genau solche Sachen durchgehen. Interessiert nur niemanden. Oder nur sehr wenige. Das ist jetzt böse für alle, die es gekauft haben. Aber das interessiert nur wenige. Die sagen, ich will ein Messer und ich will da und dort und kommen und Feuerstahl und Gibi und Armbrust und so. Alles cool, ich mag das. Aber Bergwissen, wen interessiert das? Meine Ausrüstung wird es schon richten für mich. Das eine und das andere, was er gesagt hat, war genau diese Kopfsache. Und diese Kopfsache kann ich dir sagen, lernst du in guten, unter anderem, in guten Erste-Hilfe-Kursen und in Szenarien-Trainings, wo du aus deiner Komfortzone raus musst, wo du Hindernisse überwinden musst, wo du aus dich rausgehen musst, wo du deine Hände und deinen Kopf, dass du Entscheidungen treffen musst, wo du anpacken musst, da lernst du etwas. Und da geht es dann nicht nur um die Techniken, sondern da geht es darum, wer bist du und warum bist du hier und bist du ein Eierbär, der sagt, die anderen werden es für mich richten. Oder sagst, verdammt nochmal, wir machen das jetzt, auch wenn es Kacke ist und ich nicht weiß, ob es funktioniert, aber ich gehe da raus und ich stehe meinen Mann, meine Frau und ich mache es. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann kannst du dir die ganze Ausrüstung, so sehr ich die lieb habe, die Ausrüstung, in den, ich sag's nicht, stecken. Ein Hosen-Sack natürlich, was sonst? Ein Hosen-Sack mache ich jetzt auch, ich stecke es mir in den Hosen-Sack. Das ist ein Teil von Survival. Punkt aus. Unten findest du den Link zum Busch-Berater und seinem Video. Du findest einen Link zum Online-Orientierungskurs. Schau dir das an. Klar, will ich dir was verkaufen, aber denk drüber nach. Wenn es dir nicht taugt, dann schau dir das an. Und Nummer 3, du kriegst den Link auf den Erste-Hilfe-Kurs, auf diese Aspekte. Und ich gebe dir noch ein Video und das ist ganz interessant. Dieses Video habe ich vor zwei oder drei Jahren gedreht. Survival beginnt im Kopf. Ein, wie ich meine, sehr sinnerfülltes Video. Schauen Sie nur fast keiner an. Das hat, weißt du nicht, 10.000 Views oder 9.900 Views nach zwei Jahren. Wenn ich aber einen Leatherman-Search, den ich übrigens sehr gerne habe, in die Kamera halte, habe ich in drei Tagen 10.000 Views und nach einiger Zeit 25.000 und 30.000 Views. Jetzt kann man sagen, ja, Reine, du bist der Survival-Shop-Kanal, ist ja eh alles gut, aber trotz alledem. Bedenke, wenn dir Survival nicht nur einfach so so verinteressant ist, sondern du sagst, vielleicht könnte ich das einmal in meinem Leben wirklich brauchen, dann braucht es ein bisschen mehr als nur Ausrüstung, sondern dann braucht es eben die Aspekte, die wir gerade besprochen haben und das war's. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ein Kommentar? Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst und bitte schreib ihn, denn viele Leute lesen die Kommentare, ich lese sie übrigens auch, ja, viele Leute, auch wenn ich nicht immer zurückschreibe, viele Leute interessiert das daher, sag deine Meinung, du kannst mich kritisieren, das ist auch okay, ist alles in Ordnung, solange es mich nicht fette Sonne ist. Darfst du übrigens auch, wenn es dir Spaß macht. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, Glocke drücken, nicht vergessen, aber andere Videos zum Anschauen, hat mir gefreut, dass du dabei warst, Links findest du unten, dein Rainer Rossmann, bis bald, ciao.